Der Mensch wächst durch seine Erfahrungen, umso mehr, wenn man sie weitergeht, von Jahr zu Jahr, von Generation zu Generation, in Jahreszeiten, die sich jenseitig ablösen. Stefan Lombier Untertitelung des ZDF, 2020 Stefan Lombier Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Stefan Lombier Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.